Nach der Zeit vor dem Vorfall fragen, fragen wir jetzt überhaupt Geschüsse. Ok, nach der Zeit vor dem Vorfall. Was warst du vor dem Vorfall? Kannst du dich hinter einem Tisch sehen? Na, sagen wir mal, ich war in Transporte und Logistik. Viele Leute waren bereit für Top Dollar, um genau was sie wollten. Was für dich? Wo warst du dich? Ich war ein Spatial Designer. Ich habe ein Virtual Apartmentes und so. Ich habe auch ein sehr cooles VR-Gaming-Gigs gemacht. Wirklich? Das ist ein totales Wettbewerb, ehrlich gesagt. Was? Nein, ich... Ich meine, ich liebte es. Was über deine Familie? Sind sie auch? Ich habe nie meine Eltern kennengelernt. Ich weiß nicht viel über sie. Nur, dass sie verabschiedet wurden. Entschuldigung. Ich wollte nicht... Ich wollte nicht was? Du weißt. Ich verabschiede dich. Hey, kein Schmerz. Ich bin dran. Okay, also er war Drogen- und Waffenkurier. Er hat uns einfach gefunden und, äh, redet nicht über seine Eltern. Gut. Ich bin dran. Ich bin dran. Ich habe eine Idee. Ein bisschen riskier, ich glaube. Aber ich glaube, es funktioniert. Ich glaube, es funktioniert. Verstehst du, das Auto-Aufgabe? Ich werde mich in die Richtung gehen. Du musst nur die Autos der Autos von der anderen Richtung. Du bist nicht ernsthaft? Was soll ich machen? Denz die Salsa? Ich bin dran. 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 Was? Wenn du mich trugierst, das ist definitiv nicht der Zeit. Es wird funktioniert. Ich versuche. Sie werden nicht das überhaupt nicht. Die Leute und ich haben das schonmal gemacht. Jetzt gehen wir. Und lass uns ruhig. Und nicht die Repair Botgebeizung. Und er ist weg. Okay. Du hast es. Ich bin dran. Ich bin dran. Ich bin dran. Ich bin dran. Genau. Irgendwohin gehen. Böller setzen. Artyord. So. Ich habe gestern dann doch den Anfall schlafgekriegt. Deswegen mache ich heute weiter. Mittener Tag. Ich schleiche mich jetzt hier vor und hoffe, dass er mich nicht sieht. Jetzt gucken sie beide her. Mal weg. Bitte. Ich bin dran. 민망, damit ich bin dran. Ich bin dran. Wollte. Ich bin dran. Der ist dran. Es rein. Ich bin dran. Ich bin dran. Ich bin dran. Na. Überrasch. Ich bin dran. Überrasch. Ich bin dran. Ich bin dran. Ich bin dran. Und da bin dran. Wir waren dran. Okay, so weit, so hurra. Gut, jetzt gehen die da auf die andere Seite und ich muss hier Lärm machen, oder wie? Ja, warte, ein Quick-Time-Event. Ja, schauen wir nochmal. Okay, sie macht's dann selbst. Hübsches Feuerwerk. Und Elektroschrot. Ja, das war spannend. Und das Auto fährt, warum nehmen wir das eigentlich nicht, um... Gut, äh... Stopp. Okay, das war... ...impressiv. Genau. Wir holen einfach die Sachen raus und bauen uns diesen Taser. Und jeder interessiert uns überhaupt nicht. Suchen wir jetzt noch, oder gehen wir einfach nur wieder zurück? Ich möchte, wir gehen einfach wieder zurück. Ja, sie haben uns haltend. Das Licht am Ende. Hey, wir sind doch im Laden drin. Ich sehe schon wieder komische... Hier ist der Roboter. Und ein Staubsauger. Ja. 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 Wenn wir das jetzt nicht mehr nennen, können wir das Ding known. Ja. Das kann ich nicht hören. Äh. Danke für die Info, wo wir es finden. Mir ist es trotzdem egal, denn ich, ähm... Mit deinem Smartwatch kannst du Notizen und Emilie's Tagesprojekt lesen, Audioaufnahmen hören, Minispiele sammeln und Befundeobjekte untersuchen, sowie schöne Fotos machen. Äh, ja. Musik will ich nicht. Tagebuch ist schön, Spiele sind schön, Galerie ist schön. Inventar. Ja. Was haben wir bei Spielen? Sammle, 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 sammle Roboter, um alle sechs Retro-Spiele zu finden. Äh, okay. Mir egal. Äh, danke. Weit geöffnet. Ein Roboter. Der macht mir Angst. Da gibt's Mäuse an der Wand. Oh, ein Minispiel hinzugefügt. Asteroids wahrscheinlich. Gut, also, langweilig wird mir auf jeden Fall nicht. Haben wir hier. Na dann. Drei rote Coupons finden und, ähm, der Verlosung für, äh, den Cheekspot. Ist mittel. Okay, dann muss ich da wohl... Sammeln. Mal gucken. Ich guck einfach hier nach. Oh, guck mal, der zweite. Okay, und wir gehen in den... Okay, irgendwas rechts hat er gerade geflackert, deswegen muss ich da mal kurz hingucken, aber... Hier, Uff-Uff-Uffs-Boxen. Umboxen heißt das. Handy, Smartphones, Zettel-Ads. Dinge, die man... Wenn ich mir hier unten zeige. Wenn der Post-Apokalypse so dringend braucht, wie, äh, noch... Solution, ach so. Und hier denn? Ein Accumulator. Aber, wie soll ich es rauskommen? Äh, Cheeken. Du hast die TSL-S-Accumulator gewählt. Gute Wahl. Äh, das letzte Mal ist für den Preis-Maschinen, nur für den Preis-Maschinen, und nicht für den Verlust. Aber du hast es geschafft. Es ist kostenlos für frei, durch eine限e Zeitung. Alles, was du brauchst, ist drei Speziale Koupons. Oh, also, das ist was sie für. Ich brauche drei von ihnen. Better starte schauen. Ja, das funktioniert? Nein. Drei Koupons, check. Vielleicht ist das mein Glückwunsch? Okay. Okay, das ist ein Koupons. Okay, das ist ein Koupons. Okay, das ist ein Koupons. Ich bin ein Koupons. Ich bin ein Koupons. Ich glaube, wir müssen es hacken. Hacken? Ist das ein anderer von deinen vielen Talenten? Warst du schon mal ein Spy oder was? Alles ist möglich, Babe. Ich öffne die Karte. Du bist ein Koupons. Du schaust das Schrein. Lass uns versuchen, es zu re Какfaktoren zu versuchen. Erst noch zu hacken. Bitte gib die Achsenkonfiguration ein. Okay, ich gehe davon aus, ich muss das irgendwie zwischen den beiden hier durchführen, okay, gut, dann... Gibt das keinen Sinn? Gehen wir unten rum. Na, da habe ich auch mal Spaß bei. Ah ja. Ich muss von A losgehen. Äh, hier lang... Ich gehe jetzt einfach so... Aber ich weiß schon, dass es falsch war. Okay, hier lang. Ja, der Preis wurde mir gegeben. Ja, wir sind ja auch noch nicht einmal zur Hilfe durch. So, was haben wir hier? Zeug, Zeug, Zeug. Zukünftige Generation des 3D-Drucks. Vorliebnehmen. Vorliebnehmen. Diese bescheidenen Anfänge gehören jedoch der synthetischen Polymeren. Öffnet sich den komplexen Leber. Was haben wir hier? Aber du kannst auch was rausnehmen. Ja! Ich habe es gefunden. Ich war überrascht, dass es nichts mehr gibt. Okay, ein Kunon im Hintergrund. Diese kleine Leute sind so süß. Genau. Er ist süßlich süß. Miedlich. Hübsch. Anzusehen. Keiner hat Angst vor dem. Juh, noch ein vierter. Also brauchte ich den gar nicht von ihm. Und lila. Ja, mir egal. Gut. Und Hoverballs. Hier kann ich gehen. Da gibt es eine Spiele. Und Survive. Und... Warum sagst du mir hier ist nichts zu holen, obwohl hier was zu holen ist? Was war das? Das war das? Das war das. Das war das. Das war das. Das war das. Das war es nicht. 0. We don't need to pay for the prize, but what about the other stuff? 69.90 122.90 122.90 122.90 122.90 122.90 122.90 122.90 Ok, dann bleiben wir hier noch ein bisschen drinnen, gucken wir uns noch ein bisschen um, suchen den anderen Ausgang. Gucken wir mal ob hier vielleicht irgendwo Geld rumliegt. Wird gleich geöffnet. Hey, was geht mit dir? Wie kann ich dir helfen? Äh, wo ihr seid. Wo bin ich jetzt? Das ist die Orange-Departement, die all deine Auditorien benötigt. Headphones, Akustiksysteme, Sprecher, Mikrofonen und mehr. Ja! Ein Autophiles-Paradise. Nach der Welt fragen. Amber, do you know what it's like outside? Everything is awesome. Not from where I'm standing. You can examine all of our products by visiting the exhibition stands. Who exactly am I talking to? I'm a holographic assistant and I'm at your service. Would you like to see the latest assortment of AI Vacuum Cleaners? Nee, danke, ich hab einen. Nach Amber. Amber, who are you? I am a holographic assistant and my job is to answer all customer inquiries about our products. Help them with store navigation and highlight our current discounts and promotions. May I help you with something else? Eh, ja, wie komm ich hier raus ohne Geld zu hinterlassen? I'll let you know if I need you. Sure thing. I'm always ready to help. Ja, glaub ich. No one liked these holographic assistants. Way too pushy and easily confused. Didn't stop them from installing them in every store, though. Can I really imagine that that's so happened? Oh, what have we here? Yeah, I'll show you some reality stuff. Thanks.